Dieser neue Ford Focus steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 182 PS an das Sechsgang-Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,8 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis